Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Hey, herzlich willkommen zur allerersten Folge von Roadtrip in diesem Jahr. Und das erste Auto 2019, was wir uns genauer angucken, das ist der Seat Arona. Genau, ein City SUV. Wir haben ihn heute mal in der Excellence Ausstattung. Gucken ihn von außen jetzt erstmal vielleicht etwas schneller als sonst an, weil es ist bitterkalt. Minus 9 Grad haben wir es gerade und es fängt auch nur an zu schneien. Aber trotzdem, ich bleibe noch einen Moment draußen und wir reden ein wenig über das Design. Was fällt bei dem Auto als erstes auf? Wenn du vor ihm stehst, dann wirst du merken, also irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an den Arteca, an den großen Bruder. Ja, das ist auch so. Das ist auch gewollt, denn der Arteca ist natürlich bei Seat ein richtiger Verkaufserfolg. Und der kleine Arona, der will natürlich daran anknüpfen. Gucken wir uns mal ein bisschen die Formensprache an. Ähnlich wie beim Arteca siehst du ganz viele scharf modellierte Linien, die im hinteren Teil nach oben ziehen. Also so hat er schon mal, wenn du neben ihm stehst, eine Menge Dynamik alleine im Stand. Das haben die Designer toll hingekriegt und ich mag sie wirklich, die Formensprache von Seat. Gerade beim Arona haben sie wirklich ein schönes Auto auf die Räder gestellt. Wenn du um das Auto rumgehst und auch mal hinten guckst, da wird durch lange, waagerechte Linien eine Menge Breite erzeugt. Das Auto wirkt viel größer, als er eigentlich ist. Das kommt natürlich auch durch die Kunststoffanbauteile. Der hat an der Seite rund um die Radläufe, unten unterhalb der Türen, schwarze Beplankung. Also so ein Offroad-Look. Das wollen die Leute natürlich haben beim City SUV. Hinten hat er dann einen angedeuteten Unterfahrschutz. Der ist zwar nur aus Kunststoff, aber der sorgt dafür, dass du auch optisch denkst, das Auto ist viel höher, als er in Wirklichkeit ist. Dazu kommen noch die Leuchten im typischen Seat-Design. So ein typisches dreidimensionales plastisches Design finde ich total schick. Wirklich richtig, richtig gut. Hoher Wiedererkennungswert auch. Naja, und dass die Designer bei ihrer Arbeit alles richtig gemacht haben, das zeigt auch, dass der Arona im Jahr 2018 den Red Dot Award, das ist ein Designpreis, bekommen hat. Tja, von daher wohl alles richtig gemacht. Was du selber machen kannst, das ist Individualisierung. Du kannst das Auto mit verschiedenfarbigen Dächern bestellen. Es gibt unheimliche Kombinationsmöglichkeiten bei den Farben. Ich weiß nicht wie viele, also ich glaube wirklich mehr als ein Dutzend. Dazu gibt es einige richtig schicke Felgen, die man sich auch mal genauer angucken sollte. Tja, und dann findest du mit Sicherheit auch deinen Arona. Es ist jetzt bitterkalt, ich will jetzt auch ins Auto rein, darum Tür auf. Gott, ist das kalt. Minus 9 Grad. So, wie wir das immer machen, ich werde jetzt erst einmal ein paar Kilometer fahren und dann rede ich auch über das Design im Innenraum. Das Spannende dieses Mal, unsere Zeitmaschine, der Starterknopf, der ist typisch Seat, rot beleuchtet und der blinkt. Warum der blinkt, das verrate ich dir gleich. Ich drücke da jetzt erstmal drauf und dann hören wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Kuckuck, da bin ich wieder. 734,3 Kilometer bin ich inzwischen gefahren und ich muss sagen, der Arona Excellence hat mich echt begeistert. Ein tolles City SUV mit 95 PS und DSG-Getriebe. Ach so, ich habe ja vorhin gesagt, ich wollte verraten, warum der Startknopf so blinkt. Das hat mir mal ein Designer verraten, dieses Pulsieren, das soll an den Herzschlag erinnern. Und es ist im Prinzip so, jedes Mal, wenn du einsteigst, ist das Auto echt aufgeregt, um mit dir auf große Fahrt zu gehen. Macht auch wirklich Spaß. 95 PS, TDI-Motor. Ja, es ist ein Diesel. Und auch wenn viele jetzt als Dieselkritiker durch die Welt laufen und sagen, ah, das ist alles ganz schrecklich und ganz schlimm. Quatsch. Das Auto macht genau das, was du auch früher von einem Diesel erwartet hast. Durchzug stark, das Auto braucht relativ wenig Sprit und es ist einfach immer noch, auch heute, eine vernünftige Motorisierung. Aufgrund neuster Abgasnormen brauchst du auch keine Angst haben, dass du irgendwann mal in keine Stadt reinfahren kannst. Also man muss sich nicht unbedingt so massiv vom Diesel abwenden, wie viele das im Moment machen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, all die Menschen, die früher einen Diesel gekauft haben, die haben den nicht gekauft, weil der so umweltfreundlich ist. Das hat noch nie ein Schwein interessiert, ganz offen und ehrlich. Die haben den alle gekauft, weil er günstig ist, weil er eine Menge Dampf unter der Haube hat. Und auch das ist heute noch so. Das Auto ist ja im Unterhalt relativ günstig. So, jetzt habe ich eine Lanze für einen Diesel gebrochen. Was ich viel mehr erzählen wollte, ist, dieses kleine City-SUV hat mich gerade in der Stadt begeistert, weil du mit einem SUV auch heute noch in Parkhäusern, die in den 1960er Jahren gebaut sind, immer noch einen Parkplatz findest. Die haben damals noch nicht an SUVs gedacht. Das merkst du, wenn du mit einem bisschen größeren Auto unterwegs bist, dass du da keinen Platz drin findest. Mit dem Arona überhaupt kein Problem. Das funktioniert auch sehr gut dank Parkassistent. Der hilft dabei, in enge Parklücken reinzukommen. Ich glaube, ich hätte sie ganz oft in vielen Fällen nicht angesteuert, aber der Assistent sagt jedes Mal, jo, da kommen wir rein. Und er hat es geklappt, ohne Beule, ohne Schrammereien und auch wieder raus. Tolle Geschichte, ist ein Assistent, den man auf jeden Fall an Bord haben sollte. Was bei diesem Excellence noch richtig cool ist, der hat das digitale Cockpit. Man muss das nicht haben, ohne Frage. Aber es ist schon eine Sache, an die du dich relativ schnell gewöhnen kannst, weil es ist eine gestochen scharfe Darstellung. Du hast natürlich auch da so ein bisschen Möglichkeiten, um den Spieltrieb zu befriedigen. Man kann die Instrumente verändern. Eine Einstellung hat mich so ein bisschen an das Sportcockpit von dem McLaren erinnert. Du kannst dir die Navigationskarte dort direkt zwischen den Instrumenten anzeigen lassen. Es ist sehr komfortabel, kann man darüber nachdenken. Ist auch vom Preis her fair, 350 Euro verlangt Seat dafür. Die Aufpreisliste ist auch sowas bei Seat. Die ist zwar richtig lang, das kommt aber daher, weil man dir die Möglichkeit gibt, dein Auto wirklich auf deine Wünsche zu individualisieren. Also alles das, was du haben möchtest, bestellst du halt. Und wo du sagst, ach, brauche ich nicht. Das gibt es nicht in Paketen, sondern das kannst du dir einzeln suchen und sagen, jawohl, das brauche ich, das brauche ich nicht. Finde ich gut. Die Preise sind auch verglichen mit der Konkurrenz zivil. Was sollte man auf jeden Fall in diesem Auto haben? Voll-LED-Scheinwerfer, die kosten ein bisschen mehr, 600 Euro. Ja, die sind ein Muss. Die würde ich heute auf jeden Fall mitbestellen. Was ich witzig finde, kostet 270 Euro Aufpreis. Kannst du jetzt entscheiden, braucht man es, braucht man es nicht. Das sind wechselbare Sitzbezüge. Die haben einen Reißverschluss und du kannst diese Mittelteile von den Sitzen einfach rausziehen. Kannst sie umdrehen, hast dann einmal ein anderes Design. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Seat das anbietet. Ich habe aber einen ganz praktischen Nutzen gefunden. Wenn du zum Beispiel eine Freundin oder einen Freund hast, der oder die gerne mal isst und gerne auch mal Schokolade im Auto isst, was für mich immer ein völliges No-Go ist, und dann hinterher die tollen Schokoladenflecken im Auto hinterlässt, einfach das Ding rausmachen, den mittleren Teil in die Waschmaschine stecken. Zack, bumm, sieht aus wie neu. Ist eine praktische Sache, kostet 270 Euro. Muss jeder selber entscheiden, ob das haben will. Aber es ist durchaus praktisch und ich habe es bislang auch noch nie irgendwo gesehen. Also eine coole Geschichte. Wofür Seat auch bekannt ist, das ist das Thema Infotainment und Soundsysteme. Das Smartphone ins Auto einzubinden, da sind sie richtig weit vorne. Aber auch beim Thema Soundsysteme. Dieser Wagen hat eine Beats-Anlage. Genau, Beats, das ist das kleine B. Wir erinnern uns, Dr. Dre. Und das Ding macht richtig Rabatz. Moment, ich mache es mal ein bisschen lauter. Also du merkst, der Sound ist richtig fett. Das klingt richtig rund. Sechs Lautsprecher sind drin. Kostet 500 Euro. Ich finde, ein wirklich fairer Preis für das, was du da geliefert kriegst. Es gibt die Möglichkeit, ein DAB-Plus-Radio mitzubestellen. Das hat einige Vorteile in Sachen Senderauswahl. Wenn du natürlich sagst, nee, komm, ich höre sowieso nur Special Interest oder ich höre nur Podcasts, dann ist es gut, dass du dein Smartphone einbinden kannst und eben halt über iTunes, über Google Podcasts oder eben über die App deines Lieblingssenders das hören kannst, was du willst. Und das in richtig, richtig guter Qualität. Also von mir die Empfehlung, ganz klar, wenn du Musik magst, wenn du einen fetten Sound magst, guck dir mal die Beats-Anlage etwas näher an. Wir kommen schon langsam zum Ende. Worüber sollen wir noch reden? Wir sollten vielleicht mal über das Thema Verbrauch reden. Ich habe gesagt, Diesel auf jeden Fall immer noch eine Überlegung wert. Im Prospekt stehen 4,4 Liter. Ich habe jetzt auf den über 700 Kilometer zwischen sechs und sechseinhalb Liter gebraucht. Gut, das ist zum einen vielleicht auch dem Wetter geschuldet, weil es echt bitter kalt war. Aber das ist vollkommen okay. Das kann man machen. So, und wenn du zum Schluss fragst, ja, gibt es denn nichts zu meckern? Ist gar nichts da, was dir fehlt? Ja, ich würde sagen, eine Sache, die habe ich ein bisschen vermisst. Das ist ein Lane Assist. Dieser Assistent, der dich in der Fahrspur hält, wenn du mal nicht aufpasst. Aufgrund der vielen, vielen Assistenten, die dieses Auto hat, womit der Arona dir echt ein sicheres Gefühl gibt und auch sehr komfortabel zu fahren ist, ist das was, was in meinen Augen eigentlich in dieses Auto mit reingehört. Gibt es in der Aufpreisliste nicht. Also liebe Seat-Ingenieure, wenn ihr zuhört, bitte mal drüber nachdenken. Das wäre echt was, was ihr in dieses Auto noch reinpacken solltet. Und ansonsten kann ich nur sagen, wenn du überlegst, dir einen Kleinwagen zuzulegen, meinetwegen einen Ibiza, einen Polo oder einen Audi A1 oder einen Mini oder irgendwie was in der Richtung, denk auch mal über den Arona nach. Gucken die einfach mal an. Ja, klar, ist kein Kleinwagen. Es ist ein SUV, aber er ist durchaus eine gute Alternative, zumal er etwas mehr Platz hat, zumal er auch nicht wirklich teurer ist. Also in vielen Fällen, verglichen jetzt mit dem A1 oder auch mit dem Mini, ist er bei vergleichbarer Ausstattung eine ganze Ecke günstiger. Du kriegst also viel mehr Auto fürs Geld und ich finde, es ist auch optisch wirklich eine Erscheinung, wo man sagt, cooles Auto, kannst du eine Menge Spaß mit haben. Gucken die einfach mal an. Ich packe dir auch nochmal einen Link in die Shownotes rein, wo du direkt zum Arona kommst und dir vielleicht mal angucken kannst. Ja, das soll es für heute dann auch gewesen sein. Also, bis bald. Ciao, ciao. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.